Musik Ja, meine Damen und Herren, es ist schwierig jetzt als Letzte hier zu sprechen zu einem Thema, die Spuren des Göttlichen im Humor. Das ist etwas, was wir vielleicht noch gar nicht bedacht haben, dass es das gibt. Mordillo hat gesagt, nachdem Gott die Welt erschaffen hat, schuf er Mann und Frau. Um das Ganze vor dem Untergang zu bewahren, erfand er den Humor. Und ich denke hier, wie beginnen wir schon einmal mit einer bestimmten göttlichen Mitwirkung, die in unserem Leben vielleicht auch der Humor hat. Und ich habe mir gedacht, lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken, wo und wie und wann der göttliche Funke in unserem ganz realen, praktischen Leben zu spüren ist. Was ist das eigentlich? Das uns vielleicht hilft in schwierigen Zeiten, in schwierigen Entscheidungen. Das uns hilft, manchmal über uns selbst hinauszuwachsen. Und das auch vielleicht uns hilft, uns zu zeigen, was unsere spirituelle Bestimmung im Leben ist. Ostad Elahi sagt, es steht allen Menschen das Urrecht zu, das Ziel zu erreichen, wofür sie erschaffen wurden. Wir sind Teil eines größeren Ganzen und die Wirklichkeit hört nicht dort auf, wo die Wahrnehmung durch unsere physischen Sinne endet. Je mehr wir in unserem Inneren wahrnehmen, desto mehr erweitert sich die Wahrnehmung des Äußeren. Wann und wie nehmen wir sozusagen das Innere wahr? Wann oder wie oder wo berühren wir sozusagen, wo ist die Wahrnehmung dessen, was wir mit unseren physischen Sinnen nicht mehr erfahren können? Waram Elahi sagt, das ist der Sohn von Ostad Elahi, der sehr schöne Vorträge auch hält, in einer seiner Lectures, die Verbindung zum Göttlichen kann man nicht beschreiben. Es ist wie Zucker. Man kann seinen Geschmack nicht beschreiben. Man muss ihn kosten. Erst dann weiß man, wie er schmeckt. Und das für immer. Ich persönlich erinnere mich an einen Moment, wo ich war ein Mädel eigentlich, ich weiß es nicht genau, vielleicht 15 oder 16 Jahre alt. Und ich war am Land, in unserem Landhaus. Eine Freundin von mir ist mir mitgefahren. Wir sind, wie die Mädels halt sind, wir sind noch um Mitternacht im Bett gelegen und haben gequatscht und haben Schallplatten damals gehört, französische Chansons und das haben uns wohlgefühlt. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Es war plötzlich ein Moment, wo ich das Gefühl gehabt habe, die Welt bleibt stehen. Und es war wie vom Blitz eine Erkenntnis plötzlich da, vor mir liegt ein Leben mit tollen Aufgaben. Das ist so aufregend. Das wird wunderbar. Und es war so ein Gefühl der Kraft in diesem Moment. Und dann plötzlich hat das Leben weitergegangen, das ist schon so, ist weitergegangen. Aber es ist ein Gefühl, dass ich mein ganzes Leben mitgenommen habe. Und in sehr vielen schwierigen Situationen, in Unsicherheiten, in Situationen, wo ich nicht weiter gewusst habe, war plötzlich wieder dieses Gefühl da, dieses Gefühl der Kraft. Und wie wunderbar ist es auch, in einer schwierigen Situation zu stehen und es irgendwie zu schaffen und diese Kraft zu haben. Ich habe vorher weder mit Clowns noch mit Krankenhäusern wirklich zu tun gehabt, außer selber als Kind lange im Krankenhaus gewesen zu sein. Aber das war jetzt nicht für mich ein Beweggrund. Aber ich hatte zu dieser Art der Arbeit keine Beziehung, auch zu Vereinen und zu gemeinnütziger Arbeit nicht. Aber es war plötzlich eine Aufgabe da, die zu tun war. Es gab kein Aus. Die Aufgabe war da und ich habe gewusst, ich muss es tun. Und ich habe auch in diesen vielen sehr schwierigen Momenten und den steinigen Hindernissen, die es auch in solcher Arbeit ja immer gibt, immer wieder gewusst, das ist zu tun. Und eine Kraft hat mich immer am Durchhalten unterstützt. Und ich bin auch froh, dass ich unterstützt würde. Die Arbeit unserer Clowns geht natürlich, da geht es immer um Situationen der Angst, des Leidens, der Verzweiflung und der Trauer. Wo ist jetzt da der göttliche Funke, fragen wir uns. Wer sind diese Künstler, die dann den Mut haben, den clownesken Humor einzusetzen in einer Situation, wo man glaubt, Humor hat wirklich gar nichts dort zu schaffen. Wie schaffen Sie es in einer plötzlichen Eingebung, im richtigen Moment Beziehung herzustellen, eine witzige Wendung der Situation zu finden und diesen magischen Moment zu schaffen, in dem das Leiden in Lust und Lachen übergeht. Ich kann Ihnen nur sagen, ich erlebe das natürlich immer wieder und jedes Mal fasziniert es mich. Wo ist dieser Moment, wo eine Beziehung beginnt und wo plötzlich mit einem Wort, mit einer Geste sich die ganze Situation verändert, plötzlich steigt man aus der Situation heraus und fängt an zu lachen. Denn was ist der Humor und was bedeutet der Humor für die Menschen? Der Humor befähigt uns, aus der Enge einer Situation herauszusteigen, sich drüber zu heben, plötzlich die eigene Situation, die Probleme aus einer ganz anderen Warte zu betrachten und aus dieser Distanz, die wir zu den Schwierigkeiten haben, plötzlich auch Lösungen zu finden, Mut zu fassen, sich zu trösten, aber auch darüber zu lachen. Maham Elahi sagt auch, dass die Spiritualität, die Beziehung zum Göttlichen, muss in ganz pragmatisch geübt werden. Lassen Sie uns ein bisschen schauen, wie wir sie pragmatisch üben können. Also unsere Clowns sind sicherlich jemand oder Menschen, die ganz pragmatisch jeden Tag ethisch handeln müssen und im ethischen Sinne ihre Arbeit durchführen müssen. Sie müssen empathische Beziehung aufbauen. Sie sind mit den Tiefen des Lebens konfrontiert. Sie setzen sich Situationen aus, wo es um Schmerz und Verzweiflung geht. Sie müssen die Menschen verstehen. Der Clowneske Humor ist zutiefst menschlich. Er spiegelt immer die Gefühle. Das heißt, sie spiegeln die Gefühle, sie nehmen die Gefühle auf und sie schauen, was wir mit ihnen machen können. Wo können wir mit unserem Schmerz, mit unserer Verzweiflung, mit unserer Trauer, wie können wir damit umgehen, wie schaut das aus und was können wir machen, um es zu lösen. Aber ich möchte noch sagen, dass auch die Arbeit mit dem Humor die Menschen, wie soll ich sagen, in ihrer Entwicklung sehr weiterbringt. Unsere Clowns entwickeln sich nicht nur künstlerisch, sondern auch menschlich weiter. Ich habe erlebt, dass unsere palästinensischen Clowns mit dieser Arbeit durch den Humor aus ihrem politischen Zorn aussteigen konnten und erkannt haben, dass sie mit humanitärer Arbeit ihrem Land wesentlich besser helfen können als mit Waffen und Wut. Ich habe auch erlebt, dass unsere Teams, die wir in die Krisengebiete schicken, in die Flüchtlingslager, in afrikanische Camps, wo schreckliche Krankheiten behandelt werden, dass die nach so einem Einsatz zurückkommen, nachdem sie drei oder vier Wochen wahnsinnig intensive, wirklich schwere Arbeit durchgeführt haben, die auch noch dazu mäßig gut bezahlt wird, dass sie zurückkommen und zu mir kommen und sagen, danke, dass ich diese Arbeit machen durfte. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, denke ich, dass wir den göttlichen Funken spüren, wenn wir fröhlich sind und wenn wir lachen. Dieser göttliche Funke begleitet uns durch unser Leben, er zeigt uns, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, er zeigt uns, wenn wir zu dem Menschen werden, der wir gerne sein möchten, wenn wir unsere Bestimmung finden und ich denke, wenn wir das spüren, wenn wir das auch mit Fröhlichkeit und innerer Begeisterung spüren, dann folgen wir dem göttlichen Plan, dann macht er uns auch glücklich. Und ich glaube und ich bin ganz davon überzeugt, dass das auf jeden Fall unsere Bestimmung ist, glücklich zu sein. Dankeschön. Applaus 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 Applaus